Hi Leute, hier ist der Kelvin. Ich befinde mich gerade im Atelier und erwarte einen Gast, den Marc. Der hat sich für ein einwöchiges Praktikum beworben und da ich nicht der normale Fotograf bin, bekommt er auch ein nicht normales Vorstellungsgespräch. Er bekommt von mir vier Aufgaben. Wenn er zwei davon schafft, überlege ich mir das mit dem Praktikumsplatz. Bei drei erfüllten Aufgaben hat er ihn. Eine Woche Praktikum im Atelier Weiches Licht und ja, wir nehmen das Ganze auf, auf Video, denn ich muss ja auch testen, wie er sich vor der Kamera gibt. Das weiß er noch nicht, aber ich habe gedacht, ich nehme euch einfach mal mit bei den vier Aufgaben und ich würde sagen, viel Spaß. So, die erste Aufgabe, die ich heute zu bewältigen habe von Kelvin, ist kurz eine Minute lang zu erzählen, wie wir zusammen in der Mittagspause zum Chinesen essen gegangen sind. Das war eigentlich für mich relativ super. Ich bin hier angekommen, ich habe mich ins Auto mit dem Kelvin gesetzt und wir sind dann gleich direkt zum Chinesen gefahren. Hat so Spaß gemacht. Wir haben eine gute Unterhaltung geführt. Der Kelvin hat ordentlich reingehauen, eine Suppe, ein paar Frühlingsrollen. Ich habe mir nur einen Orangensaft reingehauen, weil ich war, wie gesagt, ein bisschen nervös. Bin ich jetzt immer noch, aber ich freue mich drüber. Und danach sind wir Richtung Atelier wieder gefahren mit seinem Auto. Ohne Unfall, glücklicherweise. Jetzt sind wir hier wieder angekommen und jetzt sitze ich vor der Kamera und spreche zu euch. Und ich denke, das ist auch meine erste Minute, die jetzt eigentlich gleich rum ist. Sottele, Dankeschön. Und der Kelvin für uns, ich erde mich jetzt noch, das ist natürlich voll gemein, wenn er jetzt da dran sitzt. Verdammt. Du stehst eigentlich dran und machst den hier. Das ist das, was ich bisher gesehen habe. Ich weiß jetzt nicht genau, was du mit Zeichen meinst. Also du bist eigentlich immer der Coolste. L.G. Calvin In Hafen In Mannheim Ins China-Restaurant, in Offenheim und das mindestens dreimal die Woche. Ich weiß noch nicht, ob ich mit so einer großen Anlage gearbeitet habe, aber ich denke, das wird klappen. Okay, jetzt blischt es schon mal. So, jetzt habe ich ein bisschen Freiheit. Einmal ein bisschen die Kamera noch bitte runterlegen, dass ihr auch dein Gesicht drin habt. Genau, so schön. So, hier. Nach 2 Minuten 50 habe ich hier ein paar schöne von Kevin. Natürlich alles in Raw. Sonst würde ich ja auch irgendwas falsch machen hier. Da schön mit der Kamera, wie ihr mich gerade die ganze Zeit filmt. Und da geht es jetzt gleich an die Bearbeitung, würde ich sagen. Optimal, oder? Da ich das hier vorher natürlich versaut habe mit deiner Lieblingspose und da das deine Lieblingspose, dein Lieblingszeichen ist, wähle ich ganz eindeutig das Bild in Photoshop aus. CS6 ist zuhause, wenn man eine CS5 zuhause hat, da gibt es noch ein Reparaturen-Ding. Also ist das. Könnte ich nochmal die eine Vorlage sehen, das Bild, wo ich machen sollte? Hast du mir da hier gerade irgendwas rumhängen? Nein, ist nichts da. Nein, nein, nein. Nein, nein. Was habe ich denn da gemacht, habe ich da irgendwas zusammen kopiert? Jetzt muss ich alles so saumäßig grob machen, es tut mir so leid, wenn ich versauge ich mir ins Gesicht. 3, 2, 1. Ich schiebe es auf Apple. Du machst mich fertig. Er bekommt von mir vier Aufgaben. Wenn er zwei davon schafft, überlege ich mir das mit dem Praktikumsplatz. Bei drei erfüllten Aufgaben hat er ihn. Eine Woche Praktikum im Atelier, weiß ich es nicht. So, machen wir es warm. Los geht's. Ah, da ist aber noch ein guter dazu gekommen und das gefällt mir gar nicht. Jetzt kommt die Siegesmusik, ich höre sie. Ah, von hinten. Ach man. Ja. 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 Da ist es. Ja. 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 Vielen Dank.